TikTok als Werbeplattform, B2B, oh mein Gott, niemals im Leben, lange will ich mich noch anziehen. Da zappeln nur irgendwelche Kiddies da rum und tanzen, machen irgendwelche Tanzvideos. Ja, das ist eben der Unterschied zwischen Vorteile und Fakten. Denn Fakt ist, dass knapp 40% aller User auf TikTok über 27 Jahre alt sind. Das ist Fakt 1. Und Fakt 2 ist, dass du auf TikTok, weil noch relativ junge Plattformen, relativ kostengünstig Werbung schalten kannst. Dort letztendlich User deiner Zielgruppe rüberziehen kannst, über einen Pixel, auf eine Landingpage von dir, dort über einen Pixel letztendlich, die dann ins Remarketing von etwas mittlerweile teureren Plattformen, wie Facebook und LinkedIn und auch Google, dann remarketen kannst. Ja, und die Möglichkeit sehen halt wir nicht. Es hat etwas über den Horizont hinaus gedacht. Ich wünsche euch was. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.